Grüß Gott meine Damen und Herren, mein Name ist Ralf Bock, ich bin Rechtsanwalt in Wien. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren sehr intensiv mit Vergaberecht und meine Haupttätigkeit als Anwalt besteht darin, die öffentliche Hand bei der Durchführung von Vergabeverfahren und insgesamt im öffentlichen Beschaffungswesen zu beraten, zu unterstützen und zu vertreten. In dieser Funktion darf ich heute einige wesentliche vergaberechtliche Eckpunkte präsentieren, die bei der Anwendung einer interkommunalen Zusammenarbeit zu berücksichtigen sind. Bei dieser interkommunalen Zusammenarbeit geht es im Wesentlichen darum, dass zwei oder auch mehrere öffentliche Auftraggeber zusammenarbeiten, in dieser Zusammenarbeit durchaus auch einen Leistungsaustausch vornehmen und dabei soll eben das Vergaberecht nicht zur Anwendung kommen, sodass keine Ausschreibungspflicht damit verbunden ist. Eine interkommunale Zusammenarbeit betrifft die Zusammenarbeit mehrerer öffentlicher Auftraggeber durchaus auch mit dem Ziel, Leistungen auszutauschen. Wann immer die öffentliche Hand Leistungen einkauft, müssen sie grundsätzlich nach den Vorschriften des Vergaberechtes ausgeschrieben werden. Dieses Vergaberecht ist in Österreich im Bundesvergabegesetz geregelt und wie gesagt, wenn Leistungen beschafft werden, dann muss es grundsätzlich eben öffentlich ausgeschrieben werden. Aber nicht jede Leistungsbeschaffung führt zwangsläufig zu einer Ausschreibungspflicht. Im Bundesvergabegesetz sind mehrere sogenannte Ausnahmetatbestände erfüllt. Wenn diese Ausnahmetatbestände tatsächlich vorliegen, dann ist die öffentliche Hand auch berechtigt, auf eine Ausschreibung zu verzichten und die Zusammenarbeit ohne eine öffentliche Ausschreibung direkt mit den jeweiligen Partnern aufzunehmen. Die interkommunale Zusammenarbeit hat sich aufgrund Richterrechts entwickelt. Richterrecht bedeutet, dass es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt, sondern aufgrund eines bestimmten Anlassfalles hat ein Gericht entschieden, dass es hier eben eine Ausnahme gibt, ohne dass es dafür eben eine gesetzliche Grundlage gibt. Dieses Richterrecht ist natürlich nicht jedem Gericht sozusagen anheimgestellt, sondern es muss ein Höchstgericht sein und in diesem Fall war es eben der Gerichtshof der Europäischen Union. Erstmals war der EuGH mit einer solchen Fragestellung befasst, in der Sache TKAL. Hier ging es darum, ob eine Ausschreibungspflicht besteht, wenn eine Gemeinde bei ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Leistungen beschafft. Der Europäische Gerichtshof hat ohne gesetzliche Grundlage erkannt, dass eine solche Leistungsbeschaffung keine Ausschreibungspflicht verursacht, wenn die TKAL-Kriterien erfüllt sind. Und eines dieser Kriterien ist es eben, dass die Gemeinde eine hundertprozentige Beherrschung der Tochtergesellschaft ausüben kann. Also eine Beherrschung wie über eine eigene Dienststelle. Diese TKAL-Kriterien wurden in weiterer Folge dann auch in die EU-Richtlinien übernommen und auch in Österreich in das Bundesvergabegesetz aufgenommen. Zehn Jahre später hat der Europäische Gerichtshof eine ähnliche Fragestellung zu klären gehabt, die sich allerdings maßgeblich davon unterschieden hat, dass es hier nicht eine Gemeinde mit einer Tochtergesellschaft betroffen hat, sondern es waren zwei voneinander unabhängige Gemeinden, die wechselseitig Leistungen austauschen wollten. Hier kann man also nicht mehr davon sprechen, dass die beiden Gemeinden sich irgendwie wechselseitig wie eine eigene Dienststelle beherrschen. Daher sind diese TKAL-Kriterien auf einen solchen Sachverhalt nicht anzuwenden gewesen. Dennoch hat der Europäische Gerichtshof das Bedürfnis erkannt, hier eine Zusammenarbeit zu ermöglichen, die keine Ausschreibungspflicht verursacht. Und daher hat es eben erstmals mit diesem Urteil CODITEL die Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit gegeben, ohne öffentliche Ausschreibung. Diese Kriterien wurden dann in weiterer Folge vom EuGH immer auch weiterentwickelt, zum Teil auch verbreitet. Und im Jahr 2014 wurden dieses Richterrecht dann auch tatsächlich in Gesetzestext übernommen. Zunächst in die EU-Vergaberichtlinien und in weiterer Folge wurden dann diese EU-Vergaberichtlinien auch in das nationale Gesetz übernommen, also in das Bundesvergabegesetz 2018. Wesentlich in dem Zusammenhang ist, dass diese Kriterien, wie sie derzeit bei uns im Bundesvergabegesetz stehen, nicht hundertprozentig dementsprechend, wie der EuGH diese Rechtsprechung eigentlich entwickelt hat. Insofern ist es wichtig, sich nicht nur an der Judikatur zu orientieren, sondern vor allem auch an den Richtlinien und insbesondere am Bundesvergabegesetz. Die wesentlichen Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit bestehen darin, dass es keine Gewinnorientierung und keine Gewinnmaximierung gibt, wo ein privater Unternehmer in der Regel darauf ausgerichtet ist. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort bei den Gemeinden. Es gibt kein Profitinteresse von privaten Unternehmen. Die Interessen der beteiligten Gemeinden sind gleichgeschaltet und dadurch können eben auch die eigentlichen Ziele, die die Gemeinden verfolgen, deutlich besser umgesetzt werden. In der Regel ist die Zusammenarbeit dadurch geprägt, dass es kürzere Wege gibt, wenn die Gemeinden vor Ort zusammenarbeiten. Das bewirkt einen geringeren CO2-Ausstoß und dadurch wird natürlich auch der ökologische Fußabdruck kleiner. Unter dem Strich bedeuten interkommunale Zusammenarbeit eine Reduktion der Steuer- und Gebührenbelastung, was im Interesse der Gemeinden, aber natürlich auch der Bürger ist. Eine IKZ muss nicht nach den Vorgaben des Bundesvergabegesetzes ausgeschrieben werden. Dafür gibt es einen ausdrücklichen Ausnahmetatbestand, der 2018 ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen wurde. Geregelt ist dieser Ausnahmetatbestand in § 10 Absatz 3 Bundesvergabegesetz. Das Gesetz spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten öffentlich-öffentlichen Verhältnissen. Also den Begriff interkommunale Zusammenarbeit als solches gibt es im Gesetz eigentlich gar nicht. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, die in § 10 Absatz 3 geregelt sind, dann besteht keine Ausschreibungspflicht und die von dieser Zusammenarbeit betroffenen Gemeinden können die Zusammenarbeit starten, ohne dass es eine öffentliche Ausschreibung bedarf. Kurz zusammengefasst müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine ausschreibungsfreie interkommunale Zusammenarbeit vergaberechtlich zulässig ist. Zunächst dürfen ausschließlich öffentliche Auftraggeber an der Zusammenarbeit beteiligt sein. Die jegliche private Beteiligung ist vergaberechtlich unzulässig. Darüber hinaus dürfen ausschließlich öffentliche Dienstleistungen von der Zusammenarbeit umfasst sein. Also Bauaufträge oder Lieferaufträge sind ausgeschlossen. Die Zusammenarbeit muss ausschließlich durch das öffentliche Interesse geprägt sein. Es dürfen keine privatrechtlichen oder privattechnischen Überlegungen mit der Zusammenarbeit verbunden sein. Die Zusammenarbeit muss tatsächlich dadurch geprägt sein, dass es einen wechselseitigen Leistungsaustausch gibt. Unzulässig wäre es, wenn beispielsweise eine Gemeinde als Besteller auftritt und die andere Gemeinde ausschließlich als Leistungserbringer. Letztlich müssen die beteiligten Einrichtungen auf dem offenen Markt weniger als 20 Prozent der durch die Zusammenarbeit betroffenen Tätigkeit erbringen. wenn die F will, die wir schäuert werden, müssen die Er意思 zu verschlägen sein. Bis zum nächsten Mal.